Hallo zusammen! Nicht mehr lange und die Freunde des guten Geschmacks kommen wieder voll auf ihre Kosten beim Sparkassen-Innen-Stadt-Dinner. Und ich will euch natürlich nicht so lange auf die Folter spannen und euch ein paar Informationen dazu geben. Und zuallererst würde ich sagen, zeige ich euch einfach mal, was euch so erwartet und koche euch jetzt eine leckere Suppe. Ganz einfach, dafür brauchen wir erst einmal ein bisschen Wasser. Und zwar exakt 1,2 Liter. Die kommen auf den Herd, den stellen wir jetzt mal an auf Stufe 3 und ich würde sagen, sobald das Wasser am Kochen ist, geht es hier vorne weiter. So, ich denke so langsam sollte das Wasser am Kochen sein. Oh mein Gott, ich glaube, das überlasse ich lieber den Profis. Und ich würde sagen, wir fangen dann gleich mal an. Ich reite jetzt nämlich los auf meinem Hühnchen und wir treffen uns dann gleich unten in der Innenstadt. So, ich bin endlich da. Hier. Moment. So, nun bin ich endlich angekommen in der Sparkasse, mitten im Sauerland. Ja, und das ist natürlich dieses Jahr fürs Innenstadt-Dinner nicht nur unser Sponsor. Nein, die haben auch einen eigenen Stand mit dabei. Aber zum Thema Sponsoring habe ich mir auch was überlegt, denn man kann natürlich immer gut Geld gebrauchen. Deshalb würde ich jetzt einmal bitte mein Team hier zu mir bitten von der Sparkasse. Ja, was haben wir denn da Schönes? Hallo, liebe Gäste aus nah und fern. Wir begrüßen Sie ganz herzlich zum Sparkassen Innenstadt-Dinner. Und heute gibt es was Leckeres für Sie. Was wir gemacht haben, was wir gezaubert haben, erzählt meine Kollegin Ines Hester. Und zwar haben wir uns eine leckere Köstlichkeit überlegt. Und zwar gibt es dieses Jahr Panna Cotta mit Kirschen und einen Hauch von Schokolade. Und natürlich gibt es auch ein Topping, und zwar unser schönes Sparkassen-East. Ja, vielen Dank, Ines. Das hört sich doch schon mal super, super lecker an. Und ich freue mich schon auf jeden Fall, euren Stand auch besuchen zu können. Aber eine Sache wäre da noch. Da war doch noch was mit dem Thema Spenden. Genau. Und zwar werden wir alle Einnahmen aus dem Verkauf des Panna Cotters spenden. Und an wen die Spende geht, das könnt ihr entscheiden. Schreibt einfach mal in die Kommentare, welcher Verein oder welche Veranstaltung sich über das Geld freuen würde. Und das werden wir auf jeden Fall bei unserer Entscheidung berücksichtigen. Genau. Also ihr habt es gehört. Alles für einen guten Zweck. Und aus diesem Grund freue ich mich natürlich schon sehr aufs Innenstadt-Dinner. Und ich würde sagen, wir gehen das jetzt mal probieren. Das hört sich nämlich ziemlich lecker an.